Ein anderer, weit verbreiteter Grund, warum Menschen unter Ablehnung leiden, sind kaputte Ehen. Eine Frau gibt sich ihrem Mann vorbehaltlos hin, und dann kommt eines Tages ein Pastor, unangekündigt zu ihr, und übergibt ihr die Scheidungspapiere. Wie geht es dieser Frau? Du hast dich hingegeben. Du hast getan, was du konntest. Du hast geliebt. Du hast gedient. Du hast gedient, und plötzlich will dich keiner mehr. Wer in so einer Situation keine Ablehnung spürt, muss schon eng mit dem Herrn gehen. Am Ende unserer Liste mit Ursachen folgt schließlich, dass sich jemand selbst ablehnt. Auch das ist ein schreckliches Problem. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen sich selbst ablehnen. Vor allem Frauen oder Mädchen. Sie fühlen sich zu groß oder zu klein oder zu dünn oder zu dick. Die Augenfarbe passt nicht. Die Haare sind zu glatt oder zu lockig. Was auch immer es ist, die Person macht daraus einen Grund, sich selbst abzulehnen. Man sieht sich andere Leute an und wünscht sich, man wäre wie sie. Was ist das Problem? Du lehnst dich selbst ab. Ich möchte euch nun auf die Lösung hinweisen. Ihr findet sie am Kreuz. In Lukas 23, Vers 13 bis 24 In Lukas 23, Vers 13 bis 24 lesen wir die Szene, in der Jesus vor Pilatus steht. Wir lesen die Passage kurz. Als aber Pilatus, die hohe Priester und die obersten des Volkes, zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt. Und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn züchtigen und losgeben. Sie schrien aber allesamt, Das sind nun die jüdischen Anführer, und sagten, Weg mit diesem, gib uns aber dem Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Wie glaubt ihr, dass Jesus sich gefühlt haben muss? Sein eigenes Volk, aus dem er gekommen war, lehnte ihn ab und verwarf ihn, zugunsten eines Räubers und Mörders. Glaubt ihr nicht, dass auch wir uns in dieser Situation total abgelehnt gefühlt hätten? Ich schon. Aber das war nicht das Ende. Wir lesen noch Matthäus 27, Vers 45 und folgende. Wo wir Jesus am Kreuz sehen. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema sabachthani. Das heißt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Zugleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Er starb nicht an den Verletzungen der Kreuzigung. Leute, die gekreuzigt werden, lebten manchmal noch zwölf Stunden und länger. Was versetzte ihn den Todesstoß? Ablehnung. Und es war schon schlimm genug, von seinem eigenen Volk abgelehnt zu werden. Aber jetzt wurde er auch noch von seinem Vater abgelehnt. Er bekam keine Antwort auf seinen Leidensschrei. Weil Jesus sich mit unserer Sünde identifizierte, musste Gott mit ihm umgehen, wie er mit Sünde umgehen würde. Er verschloss seine Ohren, wandte seinen Blick ab und Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. Nicht an der Kreuzigung selbst. Diese Ablehnung tötete ihn. Ablehnung ist die schlimmste Verletzung, die man einem Menschenherzen zufügen kann. Im nächsten Vers steht, warum das geschah. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerrissen zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Es geht hier um den dicken Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Nur einem Menschen war es gestattet, durch diesen Vorhang zu gehen, dem Hohepriester, und das auch nur einmal im Jahr. Doch als Jesus am Kreuz starb, riss dieser dicke Vorhang von oben nach unten in zwei. Gott hat das gemacht. Worauf deutet das hin? Dass durch den stellvertretenden Tod Jesu für uns der Weg in die Gegenwart eines heiligen Gottes gebannt wurde. Jesus ertrug unsere Ablehnung. In Epheser 1 finden wir eine kurze Zusammenfassung von alledem. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Jesus ertrug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme bekämen. Erkennt ihr, dass all das Böse auf Jesus kam, damit dir und mir all das Gute angeboten werden würde? Es wurde vollendet durch ein einziges Opfer am Kreuz. Durch ein Opfer hat er uns, die wir geheiligt werden, ein für alle Mal vollendet. Er muss nichts anderes tun. Es ist alles getan. Wir müssen uns nur zu eigen machen, was er getan hat. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh,